Rock Gitarre lernen. Du spielst bereits ein paar Akkorde und Rhythmen auf deiner E-Gitarre und hast Bock auf Rock? Es fehlt dir wirklich motivierendes Übungsmaterial? Dann ist das neue Play-Along-Heft E-Gitarre einfach abrocken. Von TuneStay Records & Publishing genau das richtige für dich. Im Handumdrehen lernst du acht rockende Titel mit verzerrtem Gitarrensound. Notenkenntnisse sind nicht erforderlich, denn sämtliche Noten sind auch in Tabs, also Tabulatur notiert. Die CD zum Play-Along-Heft E-Gitarre einfach abrocken stellt neben den Zuhörversionen mit E-Gitarre und den Mitspielversionen ohne E-Gitarre zahlreiche weitere Hörbeispiele mit Vorübungen und verlangsamten Aufnahmen bereit. Im Notenheft, das einer Kombination aus herkömmlichen Notenheft und Kurzerklärungen mit Lehrbuchcharakter gleichkommt, finden sich weitergehende Erläuterungen. Innerhalb kürzester Zeit kannst du einfach abrocken mit deiner E-Gitarre und machst dich fit, um in einer Band zu spielen. Und das Beste daran, einfach abrocken gibt es auch für E-Bass, Keyboard und Schlagzeug, sodass du vielleicht schon bald mit deinen Musikerfreunden gemeinsam abrocken kannst. Noch nie hat Üben so gerockt! Weitere Informationen im Musikalienfachhandel oder unter www.tunesdayrecords.de Ich wiederhole www.tunesdayrecords.de 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017